Moin Leute, der Rockshop ist wieder am Start, zurück mit einem neuen Video und ich werde wahnsinnig. Es ist bereits ein weiterer Song erschienen heute, es ist immer noch Freitag, der 26.07.2019 und ich mache bereits das dritte Reaction-Video. Erst Alter Bridge mit Pay No Mind, gut, der Song kam gestern raus, aber trotzdem. Dann wurde ich darüber aufgeklärt, dass Blink den Song Darkseid veröffentlicht hat und jetzt plötzlich heißt es in der WhatsApp-Gruppe meiner Wallbeat-Coverband, in der ich mit dabei bin, Wallbeat haben einen neuen Song, Pelvis on Fire, haha, meine Kameraspeicherkarte läuft hier on fire gerade. Aber gut, ich habe Bock auf mehr Musik und ihr hoffentlich auch und ihr habt hoffentlich Bock darauf zu erfahren, was ich davon halte. So, bevor wir loslegen, natürlich, ich muss das nochmal sagen, ich sage es ja so gerne, Leute, wir haben eine Menge Spaß in der Videobeschreibung, der Link zu meiner Rockshop-Spotify-Playlist, dann wird dieser Song, das sage ich heute zum dritten Mal, ab Sonntag wahrscheinlich auch drin sein und das heißt wahrscheinlich, er wird drin sein, ich bin mir sicher, es ist Wallbeat, hallo, ich bitte euch. Ja, dann lasst uns die Hüfte Feuer fangen und wir legen direkt los, ohne viel Gelaber, Wallbeat, Pelvis on Fire. Ich hoffe, es kommt keine Werbung. Ah, es kommt keine Werbung. Perfekt. Ich muss noch ein bisschen leiser, damit ich nicht sterbe. So, go. Das geht schon mal gut los, gefällt mir. Ja, geil. Geil. Ja, alles ist das. Geil. Ist das geil! Ich bekomme noch eine Strophe! Jawohl! Ich muss kurz einen Moment durchatmen! Scheiße! Wo war dieser Song in den letzten 10 Jahren? Ich hör die erst seit 4... 3... Irgendwie sowas! Shit! Alter! Alter! Hilfe! Erstmal kurz hinsetzen! Junge! Was ist das? Warum jetzt erst? Alter! Muss ich überhaupt was sagen? Ich hab meine Reaktion reich! Ich mach weiter! Ich mach weiter! Ich geb keinen Fick drauf! Ich mach weiter! 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 Ich bin sprachlos! Ich bin sprachlos! Ich liebe es! Ich liebe es! Absolut! Alter! Komm! Wir sind erst bei 6 Minuten! Wir sind erst bei 6 Minuten! Ich mach nochmal an! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, geil. Ja, sind wir damit auf dem Rideback, das finde ich auch richtig geil. So ein leichten Swing mit reinbringen. Ja, perfekt. Ja. 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 Wunderschön. Na gut, mehr kommt ja nicht. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube, viel muss ich nicht sagen. Checkt in der Videobeschreibung die Rockshot-Playlist, die ab Sonntag nur noch aus diesem Song bestehen wird. Und zwar 25 Mal. Okay, neuer alter Bridge-Song und neuer Blink-Songs sind auch drin. Also 23 Mal der Song und zwei andere. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal auf den Dancefloor und freue mich auf den 2. August. Schalt als nächstes wieder ein, wenn es heißt, der Rockshop guckt 2 Mal irgendeinen Scheiß. Macht's gut? Habt einen schönen Tag. Haut rein. Boogie off. Ich bin raus. Ist das geil? Na. 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 Vielen Dank.